happy birthday gary kimovic kasparov der 13 weltmeister der schachgeschichte wird heute 58 jahre alt und ihm zu ehren zeige ich eine sehr schöne partie aus dem jahr 1989 kasparov sollte fast allen von euch ein begriff sein er regierte die schachwelt von 1985 bis 2000 ist zweifellos einer der stärksten spieler der schachgeschichte für mich persönlich zusammen mit magnus carlsen ja und bobby fischer vielleicht noch die besten spieler aller zeiten der beste spieler der zeit diese partie aus dem jahr 1989 gespielt in thielburg in niederlande mit weiß hier und pickett ein niederländischer großmeister gehen wir direkt rein d4 springer f6 springer f3 g6 c4 läufer g7 springer c3 kurzer hochrad e4 d6 die kenner unter euch werden erkennen es ist die königsindische verteidigung kasparov hat sehr viel königsindisch gespielt in den 80er und 90er jahren das war eine seiner lieblingswaffen das ist auch einer der gründe warum ich zum beispiel mit königsindisch angefangen habe zu der zeit und wir werden auch sehen er beherrschte königsindisch wie kaum ein anderer er spielte diese eröffnung super aggressiv und ja gehen wir hier mal weiter läufer e2 e5 das ist hier die hauptvariante die klassische variante mit e5 wird das weiße zentrum attackiert hier gibt es viele möglichkeiten für weiß man kann den bauern vorbeiziehen man kann auf e5 schlagen man kann läufer e3 spielen es gibt hier viele züge wie gesagt pikett wählt ja bei die hauptfortsetzung kurze hochrad wer sich für die königsindische verteidigung interessiert dem empfehle ich mein video das ist schon ein bisschen her dass ich das gemacht habe einführung in die königsindische verteidigung dort erkläre ich die wichtigsten pläne und varianten insbesondere aus schwarzer sicht hier geht es weiter mit springer c6 damit erhöht schwarz den druck auf das weiße zentrum und jetzt spielt weiß d5 dass der hauptzug greift den springer an und sichert sich raumvorteil im zentrum der springer geht zurück nach e7 soll jetzt haben wir eine geschlossenes zentrum und das spiel verlagert sich auf die flügel und wir werden sehen wie beide seiten ihre jeweiligen pläne verfolgen werden es geht hier weiter mit springer e1 der springer soll umgruppiert werden nach d3 später springer d7 ganz wichtiger zug der springer macht platz für den schwarzen fbauern und hier ist eine angriffsmarke auf e4 und die will schwarz attackieren mit f5 hier geht es weiter mit loffert e3 das ist einer der hauptzüge f5 es droht so ein bisschen f4 und weiß spielt f3 macht platz für den läufer dass er zurück kann f4 läufer f2 g5 schwarz attackiert am königsflügel schiebt dort alle seine bauern vor während weiß jetzt sich auf das spiel am damenflügel konzentriert und dort selbst seine bauern vorschiebt mit b4 das ist einer von vielen möglichen zügen hier diese stellung ist extrem theoretisch wenn man in die datenbank schaut oder in die bücher es gibt sehr sehr viele partien mit dieser variante ich selbst habe auch mal erfahrungen wird dieser variante gemacht mit schwarz schon ein bisschen her und zwar spielte mal ein großmeister gegen mich turm c1 an dieser stelle und ich zeige euch das jetzt nur ein paar züge weil das sehr sehr interessant ist wie sich die theorie hier entwickelt hat springer g6 springer d3 springer f6 alles standard züge c5 turm f7 und hier sehr sehr interessanter plan aus weißer sicht der sehr als sehr modern gilt in dieser hauptvariante der königsindischen verteidigung und zwar könig h1 warum könig h1 weiß ist ein präventiver zug weiß wappnet sich gegen den schwarzen angriff und möchte den turm auf g1 stellen und selbst die g linie öffnen ein bisschen verrückt also vor 30 jahren spielte man aber noch nicht so dass diesem das ist das ein plan der sich später entwickelt hat b4 hier sehr logisch weiß möchte weiter am damenflügel angreifen es geht weiter mit springer f6 c5 springer g6 c schlicht e6 c schlicht e6 weiß hat jetzt die c linie geöffnet und stellt einen turm auf diese offene linie jetzt kommt ein ganz typischer zug von schwarz und zwar turm f7 der turm überdeckt die gesamte siebte reihe und bereitet schwarz bereitet die umgruppierung des schwarzfeldigen läufers nach f8 vor das sind alles ganz ganz typische züge hier für diese hauptvariante der königsindischen verteidigung der läufer soll diesen bauern decken und macht auch das feld frei für den turm hier der später nach g7 soll um auf der g linie mit anzugreifen a4 sehr konsequent von beiden seiten gespielt schwarz am königsflügel weiß am damenflügel läufer f8 a5 und jetzt hier konkret der beste zug für schwarz läufer d7 ist auch so ein bisschen präventiv gedacht gegen springer b5 um den springer anzugreifen der dort gleich auftaucht und zwar spielte weiß jetzt hier springer b5 sofort interessant ist übrigens hier auch dieser plan wieder mit könig a1 ich habe natürlich ein bisschen nachgeschaut in der datenbank auch in der fernschacht datenbank bevor er mich fragt woher wo hast du die datenbanken her chest space ich arbeite mit dem programm chest space und nutze die fernschacht datenbank von chest space und die ja das live schachbuch von chest space chest bis allerdings ein profi programm mit dem ich seit vielen jahren arbeit auch könig a1 hier in der fernschacht partie turm g7 und hier ging es ein bisschen anders zugange laufer b5 laufer b5 hier dem weiß wollte in dieser partie den läufer abtauschen wir werden in dieser partie von kasparow sehen warum dieser läufer noch sehr wichtig ist auf dieser diagonale c8 h3 aber nach g4 ja war in dieser fernschacht partie ja eine unklare stellung und die endete nach 31 zügen remis könnt ihr gerne nachspielen ich lasse ich mache ja immer ich pack ja immer in der video beschreibung einen link woher die partien online nachspielen können so hier pikett spielte allerdings springer b5 in dieser partie gegen kasparow ist auch sehr logisch weil er greift hier diesen bauern an plus der springer guckt hier rein unterstützt vom turm das sind alles so standardzüge und ja wie reagiert ihr jetzt hier kasparow versucht mal so ein bisschen wie er wieder 13 weltmeister zu spielen und ein kleiner tipp material ist hier untergeordnet es ist sehr wichtig hier zu versuchen schnell anzugreifen und das macht er hier mit g4 schiebt dem bauern vor und hier entstehen typische ideen für für schwarz nämlich mit g3 hier das ganze aufzureißen so weiß kann den bauern nicht schlagen wegen springer schlicht e4 das würde den zentralen bauern abgeben das ist nicht gut nach g4 ja was gibt es noch für möglichkeiten was ist mit springer schlicht a7 das hätte weiß machen können hier geht es allerdings weiter mit g3 und das so ein bisschen das problem hier g3 der läufer wird abgelenkt natürlich sollte man hier nicht tauschen und die stellung weiter öffnen aus weißer sicht der läufer müsste nach b6 wichtig diesen springer noch zu decken und dann würde die dame weg gehen nach e8 und das ist auch eine sehr interessante stellung der schwarze angriff ist dauert ein bisschen wie bis schwarze figuren so ein bisschen umgruppiert hat aber es sieht sehr gefährlich aus am königsflügel der linderländische großmeister allerdings spielte hier springer c7 das sieht ja auch sehr stark aus greift den turm auf a8 an und ja jetzt seid ihr wieder dran was hat casparo folie gemacht spitzname übrigens das beast aus baku oder von baku bis von baku er ist in baku geboren heutiges aserbaidschan er spielte hier g3 setzte einfach seinen angriff fort und opferte hier den turm auf a8 bevor wir uns das anschauen was wäre nach h schlicht g3 gekommen f schlicht g3 läufer schlicht g3 der turm deckt ja hier den springer dann wäre springer h5 gekommen läufer f2 und hier springer g4 auch in dieser variante würde schwarz den turm auf a8 opfern und mit der dame nach g5 gehen um hier anzugreifen turm g7 laufer h3 und schwarz schmeißt alles auf den königsflügel und attackiert auch die engine die heute stock für streit sind wenn man die laufen lässt sagt ja das ist ein guter angriff sieht gut aus starker angriff in der partie ging es weiter allerdings mit springer schlicht acht weiß hatte keine angst nahm den turm raus ja und kasparov setzt einfach unglaublich aggressiv und stark fort ich weiß nicht ob er das alles am brett berechnet hatte oder er war auch ein vorbereitungstier der auch zu hause sehr sehr weit die eröffnungsvarianten analysierte er spielte hier nicht g schlecht f2 dass wir zu kleinmütig nee nee springer h5 macht den weg frei für die dame die soll nach h4 und hier matt setzen auf h2 und hier hat hier steht schwarz schon auf gewinn naja was kann man hier machen sagen wir mal läufer schlicht a7 hier den läufer retten dame h4 und jetzt h3 und hier will ich euch demonstrieren warum dieser läufer auf d7 in der königsindischen verteidigung diesen hauptvarianten so wichtig ist denn schwarz nutzt diesen läufer hier um auf h3 zu opfern und die weiße königstellung zu öffnen g schlicht a3 dame schlicht a3 gut wenn weiß nicht nimmt dann nimmt schwarz raus und spielt dame h2 matt oder er geht mit dem läufer zurück und spielt dame h2 matt g schlicht a3 dame schlicht a3 jetzt hier muss man mit weiß den turm opfern turm f2 g schlicht f2 könig schlicht f2 und damit g3 schach könig f1 springer h4 und hier ist der angriff durchschlagend für schwarz er hat zwar eine figur weniger aber der weiße könig ist ohne schutz und er kann sich überhaupt nicht richtig weg bewegen weil die ganzen weißen figuren im weg stehen und ja dieser angriff natürlich habe ich das mit der engine auch geprüft der dringt durch gut springer h5 pickett spielte könig a1 das besser der unterschied ist hier wenn ich jetzt dame h4 spiele dann ist das ein riesen fehler wegen läufer g1 und der läufer deckt einfach den bauern und auf g schlicht h2 kommt läufer f2 zurück springer g3 läufer schlicht g3 f schlicht g3 sowas zum beispiel der weiße könig ist zwar eingesperrt aber weiß hat den ganzen turm mehr und wird die partie natürlich gewinnen wegen des materialvorteils stattdessen ging es in der partie weiter natürlich mit g schlicht f2 wir müssen den läufer nehmen turm schlicht f2 so schwarz hat seinen pulver nicht verschossen und setzt weiter unglaublich präzise fort wie eine maschine springer g3 schach gleiches motiv wenn weiß hier den springer schlicht dann schlagen wir natürlich zurück und kommen mit der dame nach h4 und setzen matt auf h2 hier gibt es noch ein paar varianten aber generell wird der weiße könig das dauert zu lange bis die weißen figuren platz machen bis er weg zieht und schwarz verfügt über hervorragende angriff weitere angriffszüge hier womit er locker gewinnen würde in der partie ging es weiter mit könig g1 und jetzt dame schlicht acht schwarz holt sich den springer ab der deutsch stand und der witz ist weiß kann immer noch nicht auf g3 nehmen aus den gleichen gründen wenn er auf g3 nimmt nimmt schwarz natürlich wieder greift den turmann wenn der jetzt zurück geht kommt springer f4 blockiert den f-bauern ganz wichtig ansonsten hat weiß diese idee f4 springer f3 womit das feld h2 gedeckt wird ne springer f4 und jetzt wieder dame d8 dame h4 und auch hier weiß hat keine chance sich hier zu retten stockfisch 13 bestätigt das natürlich so hier ging es weiter mit laufer c4 in der partie also weiß nahm nicht raus auf g3 und jetzt ein wunderschöner zug ich lasse euch mal ein bisschen zeit ihr könnt gerne das video passiert pausieren was meint ihr wie es hier weitergegangen ist weiß verschmäht den springer auf g3 der nimmt er nicht weg weil er weiß dass er matt gesetzt wird deswegen dame d8 jetzt hier mit der idee dame h4 bringt nichts weil weiß wird den springer nicht freiwillig nehmen ja und die dame auf h4 wenn wir uns jetzt da vorstellen auf h4 macht nichts alleine ein richtig schöner zug jetzt hier und zwar a6 richtig toll die dame geht nach a7 das habe ich auch selten gesehen in der königsternischen verteidigung diese diese spiel auf beiden flügeln und diese dominanz der schwarzen figuren insbesondere der dame gut hier ist die stellung e verloren wir machen mal weiter mit der partie dame d3 dame a7 fesselt hier den turm b5 weiß möchte hier weiter angreifen schwarz nimmt den bauern auf b5 a schlicht b5 läufer schlicht b5 und jetzt seid ihr noch mal dran wie setzte hier casparo fort jetzt kommt mir nicht mit sowas wie dame schlicht a5 oder sowas und blöden bauern da nee nee und kleiner weiterer tipp er nach seinem nächsten zug gab der weiße spieler auf einer der schönsten züge die hier gesehen einer der schönsten schlusszüge die ich hier gesehen habe vielleicht sogar der schönste schlusszug und zwar springer h1 wirklich ich vermute mal das pikett überhaupt nicht sah was auf ihn zukommt aber springer a1 ist unglaublich ästhetisch der springer in der gegnerischen stellung am rand in der ecke zwingt den gegner zur aufgabe warum ganz einfach weil schwarz jetzt gleich eine figur mehr haben wird wenn könig schlicht a1 kommt kommt dame schlicht f2 hier hat schwarz schon eine figur mehr ja ja und wenn er den turm deckt ist das gleiche turm c2 kommt springer schlicht f2 eine turm schlicht f2 ja sowas muss noch nicht man kann auch den bauern hier gewinnen und ja hier hat schwarz auch eine figur mehr und weitere drogen das heißt weiß gab auf weil er einfach eine figur verloren nach springer 1 unglaublich schöner schlusszug und insgesamt auch wirklich eine tolle partie eine der schönsten königs indisch partien aller zeiten und auch das ist der grund warum man überhaupt königs indisch spielt königs indisch ist natürlich inzwischen so ein bisschen aus der mode geraten weil natürlich mit dem aufkommen kommt des computerschachs ja und der fortentwicklung der theorie weiß natürlich unglaublich viele möglichkeiten hat auch gegen königs indisch zu spielen und sehr viele gleichwertige möglichkeiten aber nichtsdestotrotz lohnt es sich diese eröffnung sich diese eröffnung anzuschauen klassiker sich anzuschauen und auch mal ja in den eigenen partien vielleicht mal anzuwenden wenn man die eröffnung gut versteht man kann ich euch versichern dass ihr bis zu einem bestimmten niveau damit ordentlich punkt könnt weil beispieler gerade im amateurbereich häufig mit den geschlossenen strukturen auch nicht so gut klarkommen generell diese geschlossenen strukturen im zentrum die muss man verstehen dass man noch die flügel ausweichen muss und um das besser zu verstehen sollte man natürlich klassiker nachspielen wie diese partie ich hoffe sie hat euch gefallen für mich wirklich eine ganz ganz tolle partie happy birthday nochmal garik asparov und falls den kanal noch nicht abonniert dann würde ich mich freuen wenn ihr ein abo hinterlasst und die glocke aktiviert dann werdet ihr immer informiert sobald hier etwas erscheint bis bald